Servus Leute, Cup Edition 90 hier am Start. Heute ein Suchen und Zerstören Gameplay von mir auf der Map Stand Off. Ich spiele mit der M27, mit Schalldämpfer und Schaft. Als Perks habe ich mitgenommen. Blindenüberwacher, Plünderer und Extrembedingungen. Aber jetzt mal zu einem anderen Thema. Ich habe mich im Commander Krieger Forum ein bisschen schlau gemacht. Ich habe mir Tipps geholt, was ich verbessern könnte oder wie ich meine Videos, sage ich mal, verbessern könnte. Und mir wird der Tipp gegeben, ich soll ein paar Infos geben. Jetzt erstmal Infos über mich selbst. Mein Name ist Marian, ich bin 23, komme aus Duisburg. Wie ich zu YouTube gekommen bin, ist... Also ich habe mir viele Videos angeguckt von Commander Krieger, The Tesco, Solution, L.O. Twix, Danny Burnage, Ahornente. Und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie das machen, wie sie spielen, was sie so reden, etc. Und da habe ich mir gedacht, versuch dein Glück auch einmal. Und also ich muss bis jetzt sagen, es macht mir riesen Spaß, Videos aufzunehmen. Und ich hoffe, dass ich noch lange Zeit Spaß daran haben werde. Ja, und dass ich mich immer wieder verbessern könnte, sodass meine Videos auch besser werden. Oder ich auch besser, weil ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht der große Gamer überhaupt. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin einer der Besten oder so. Ich habe einfach Spaß am Spiel. Und deswegen, manche sagen, ja, du bist scheiße. Manche sagen, ja, mit dir kann man spielen. Oder sonst, aber jeder muss sich eine eigene Meinung über mich machen. Und deswegen hoffe ich mal, dass eure Videos... Dass meine Videos, Entschuldigung, euch weiter gefallen werden. Und ja, ich noch ein paar Klicks von euch bekomme. Danke. 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 Fremd die Hellstorm-Missile inbound.